Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Fantechnikum in Wismar Aus alt mach neu. Das Fantechnikum in Wismar hatte die kreative Idee für eine nachhaltige Nutzung. Aus den alten Werbebannern der abgelaufenen Sonderausstellungen werden die Fandtaschen hergestellt. Die Sonderausstellungen Leinenlos, Alexandro und Leonardo da Vinci finden sich auf den limitierten Exemplaren. Jede Tasche ist ein Unikat für sich. Sie können sowohl im Museum als auch online bestellt werden unter fantechnikum.mv-handelt.de